Tagesimpuls, ganzes Video, Clarissa M.Seite, wie die Buchseite, Lichtwegimpulse Atlantis. Und hier der Tagesimpuls, ja, der Flamingo, der gerne mit anderen zusammensteht und durch Wertschätzung und Achtung, ja, die neue Erde bildet, die neue Gemeinschaft bildet. Und meistens steht er auf einem Bein und ist sich seiner Balance sicher. Im Inneren durch diese Liebe und Wahrheit in seinem Herzen hat er einen festen Stand in sich gefunden, in seinem Herzzentrum. Es schaut auch aus wie Engelsflügelchen und er lebt auch die bedingungslose Liebe und kann sehr gut für sich auf eigenen Beinen, auf einem Bein stehen. Und das ist die Botschaft für dich aus ganzem Herzen, Claire.